so so und herzlichst willkommen zu einer kleinen hunde League of Legends und mit dabei ist der Niki Lauda also geil und wir spielen heute Rengar und Revan Botlane weißt du was wir uns holen müssen? das Sword of the Occult wie bitte? das Sword of the Occult ja alles klar pass auf du holst das Sword of the Occult und ich ja und ich hole mir Ohm Wrecker nein und dann wird gedivet weil es mit einer Rengar Runshot wo der ADK im Spaß hat hat er sowieso hä ich baue erst teilweise One Shot und dann baue ich Ohm Wrecker dann hat der noch mehr Spaß meins 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 die hast du nicht mal nein meiner ja lass mir den mal und campen ok campen Busch und geh mal mit der Aes dann rauf wenn du kannst und dann ficken wir die richtig im Arsch geil 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 anal Penetration anal Penetration hoch 3 Quantenphysik was passiert mit der Ritze? ich hab auf jeden Fall jetzt E Level 2 das geht immer nicht schneller ran wenn du ran springst Aua die war gefährlich nur dran und du stehst auch seit des Buschers ich weiß Profi am Werk Profis der hate der hate danke danke dass es ziemlich gäng gerne ich suche nur nach dem Spiel was dachte ich äh was denk ich mir ach man weiß da ist da ist ne Pussy Flash Ignite drauf 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 ich Ignite da ist die Kekse was noch Flash rasiert da kommt sich ein Kekse setz da die Kekse ein friss Kekse Schen friss die Kekse mit den Kekse hat er sie getötet da ist ne die ist du bist so dumm hast du die nicht gesehen nö die war außer meines Blickwinkels ich war mein Blickwinkel war so das war quasi hier war der äußere Rand von mir die die Stadt du bist hier lang gegangen und die stand hier also echt wow du bist ein Profi geil egal ich hast auch sein Sword of the Cold natürlich nicht du bist der Twinkle ist doch bestimmt jetzt in der ersten Busch ausgelaufen oder? ja ne ne die waren ja gleich wieder die Morgana deswegen warte ich jetzt hier mit dir auf ins zweiten Busch AHA 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 die Prediction jetzt machst du ein Bein hier rein oder wo hattet ne die wartet komm in den Busch komm in den Busch ich bin nicht gesehen die macht gleich ein Bein hier rein diesmal schläfst du nur vor mich ne du bist level 6 ja dann komm doch weiter näher na 2 tschüss hier kommen kommt doch oh oh man dann kill ich den alleine du wofür nö ich wollte dich alter nö du willst doch kein System oder? nö ich wollte dich zurücklassen Für You Für You Für You Für You